Sie freuen sich ja jetzt erst mal auf die zwei freien Tage? Ja, auf jeden Fall. Was machen Sie da? Wir fliegen jetzt zurück nach München und treffen uns ja am Dienstag dann wieder in Frankfurt und fliegen dann zusammen mit der Mannschaft nach der Vier. Wie sieht denn so eine aktive Erholung jetzt aus, die zwei Tage? Ja, ich denke, jeder weiß am besten selbst, was er jetzt braucht in den Tagen. Vielleicht macht der ein oder andere ein bisschen Regeneration für sich und schaltet mal ab und ist dann nochmal zu Hause und kann dann auch nochmal runterfahren ein bisschen und die Spannung wird automatisch aufgebaut, sobald wir in RWA sind. Wie hat Ihnen das Spiel gefallen in der deutschen Mannschaft heute? Womit sind Sie zufrieden? Was hat Ihnen noch nicht so gepasst? Ich denke, positiv war erst mal, dass wir zu Null gespielt haben, dass wir eine ordentliche Defensivleistung gezeigt haben und dass wir die eine oder andere Chance hatten. Das haben wir gesehen und vielleicht auch noch eine knappe Abseitsentscheidung, wo wir dann vielleicht auch ein Tor erzielt hätten. Ich denke, dass wir uns verbessert haben im Spiel auf jeden Fall und ich denke, dass wir die Zeit dann in Evian auch noch nutzen können, um noch Sachen zu verbessern, die jetzt noch nicht so gut gelaufen sind. Alles klar, vielen Dank.